Hat der so viele körperliche Leiden auch und der ist 51, ne? Also der ist halt echt noch kein Alter. Du hast auch mega den jungen Daddy, ne? Meine Mom ist auch 51. Alter, mein Vater könnte dein Vater sein. Dein Vater könnte mein Vater sein, natürlich. Vom Alter, ja, ja. Hä? Mein Vater ist 76. Äh, 67. Deiner ist 51. Also mein Vater könnte vom Alter dein Vater sein. Du meinst, dein Vater könnte der Vater meines Vaters sein. Und nicht dein Vater könnte mein Vater sein, weil das macht keinen Sinn. Weil das könnte so oder so sein. Hä? Das macht doch auch in der Formulierung Sinn. Aber du sagst, dass dein Vater mein Vater sein könnte. Ja, natürlich. Vom Alter her... Hä? Hä, das macht aber keinen Sinn. Warum? Mein Vater... Wenn du sagst, mein Vater könnte dein Vater sein. Ja. Logisch. Warum denn auch nicht? Du meinst... Wegen dem großen... Wegen dem großen Altersunterschied. Mein Vater könnte vom Alter her dein Vater sein. Das macht keinen Sinn. Hä? Äh, bin ich jetzt Blödsinn oder was ist hier los? Ja, sicher. Du sagst zu mir, dass dein Vater mit 67, ist das richtig? Ja. Mein Vater sein könnte. Ja. Ja, natürlich könnte er mein Vater sein. Warum denn auch nicht? Ja, wegen dem... Ach. Meinst du vielleicht, dass dein Vater mein Opa sein könnte? Nein, ich meinte damit einfach nur, wir beide sind im selben Alter. Und dein Vater ist sehr jung, mein Vater ist sehr alt. Und vom Alter her könnte mein Vater dein Vater sein. Ja, und mein Vater könnte dein Vater sein. Nein, Moment. Du hast recht. Natürlich habe ich recht. Ich habe gesagt, mein Vater könnte dein Vater sein, ne? Ja, sorry. Ich meinte, mein Vater könnte der Vater deines Vaters sein. Ja, mein Opa. Ja, quasi. Sorry. Alter. Pat, was ist denn mit dir? Ich habe das jetzt sechs Mal oder so wiederholt und sage immer, Ja, natürlich. Meinst du mein Opa? Nein, das könnte dein Vater sein. Ich liebe es. Hier ein Gulasch. Was ist denn mit dir? Also, mein Vater könnte der Vater von Schlottis Vater sein. Genau. Lass einfach hier die Credits laufen. Ist vorbei. Game over. Quink. Quink. Also, ganz am Anfang, so vor einer Viertelstunde, hatte Pat das mal richtig gesagt. Aber dann, Pum, Pum, Pum. Droge, nichts gud, weh, mamuśga. Ja. Ja. Ja.